moin leute ich bin's really und ja ich spiele jetzt weiter cradle ich hoffe jetzt einfach dass ich die probleme mit der maus lösen konnte und ja gucke ich mal was der task ist genau ich muss diese batterie daran tun da hatten wir ja schon gesehen die war glaube ich irgendwo hier genau ich weiß nicht ob das so richtig ist das geht nicht ich weiß nicht genau was ich machen muss box ist wired up heißt das vielleicht dass es jetzt geht nee das haben wir nicht gemacht also eigentlich steht da ja die box ist wired up vielleicht muss man ja den schalter drücken passiert noch nichts also scheint es noch falsch zu sein box war ja da das kabel für der hier lang geht dann gemeinsam hier rüber so eine geht zu der antenne in der mitte das andere geht hier rein das müsste ich nur wissen das andere kommt ja hier raus deswegen weiß ich gerade nicht was ich tun muss natürlich ein bisschen doof weil hier steht ja nur put the battery die batteries das heißt da sind mehrere ach natürlich sind dass ich nicht nur eine brauche ich brauche noch eine dritte die ich finden muss das macht natürlich sinn ja ich noch mal eine hier drin liegt aber denkt man nicht deswegen gehe ich jetzt erst mal raus nochmal box wired up es sollte ja nicht weit weg sein hier aber ich glaube noch mal hier hin also ich weiß es gar nicht wo das dritte teil ist ach so nee hier war ja das grad das habe ich eigentlich gar nicht ich brauche immer noch diese dritte batterie die ich nicht finde hier ist anscheinend nichts mehr irgendwie habe ich das gefühl die wäre da drunter aber glaube ich jetzt nicht also es wäre schon zu witzig wenn die da wirklich wäre das kann ich damit nicht benutzen auch wirklich eine dritte batterie ich kann nicht mal zu meinen leitern steigen ja jetzt können wir hier in unser haus gucken mal ein bisschen in die ferne schauen aber ich weiß nicht wo ich eine dritte batterie bekommen soll und wenn ich probiere einfach nochmal den schalter zu drücken aber hier da nähe das geht alles nicht alles öffnen aber anscheinend ist das hier nicht ich würde zu gern wissen wie das geht oder wo man die findet er gesagt hier ist auch kein tipp da steht halt wieder nur put the batteries ja ich glaube mal also ich gucke mich jetzt erstmal hier oben irgendwo muss ja diese batterie sein weil das kann ja so nicht sein dass hier zwei batterien in der nähe sind aber dann aber nur irgendwie und da oben ist ja auch noch eine box kommt man da hoch ne wobei ich glaube nicht dass da die batterie drin ist ne ist wahrscheinlich wieder dämlich das ist wie beim letzten let's play wo ich einfach nicht wusste was ich tun soll für zwei folgen oder so deswegen ist jetzt natürlich ein bisschen doof ähm vielleicht kann ich das hier ganz schnell nachgucken während ich mich hier so hin und her bewege äh wie gut dass es Smartphones gibt ich würde euch ja hier entertainen aber gleichzeitig auch tippen äh ja wenn es im steam forum schon einen eintrag genau für diese mission oder für diesen auftrag hier gibt dann bedeutet das doch was moment so hier renne ich wieder gegen die leiter so vielleicht helft das ja wenn da jetzt oben eine solarplatte dran ist ne hilft noch nicht ähm okay ich habe die zwei batterien ich habe zwei batterien und die box so zwei batterien also hier diese box war ja da ich habe also alle sachen gibt es hier in diesem garten ähm also da steht jetzt nicht wie man es machen muss und eigentlich würde ich das auch gar nicht so wirklich wissen sondern ich würde halt gerne weitermachen aber es ist ja ein rätselspiel slash adventure game deswegen gucke ich schaue ich mich hier weiter um guck nochmal oben auf dem dach weil das ich glaube das war schon richtig dass ich das da hier angebracht habe hiermit kein nichts machen okay wir sind so platten auf dem dach die sehen aus wie diese das hier unten keine ahnung was das ist i have no need for this trotzdem mal hier rauftragen kann ja nicht schaden weil das sieht genauso aus wie die irgendwie habe ich das gefühl dass das noch irgendwann nützlich ist ähm aber ich sehe hier nichts dass es ist okay irgendwie habe ich das gefühl ich brauche doch eine dritte batterie aber ich finde sie nicht ähm diese boxen helfen auch nicht weiter muss ich jetzt vielleicht doch wirklich nach ums sorry ähm ja sorry dass ich jetzt gerade leid bin ich muss das kurz lesen weil sonst ich will euch ja hier nicht langweilen deswegen ähm ah okay ist nicht alles im garten ja thanks for that super ähm ja gut dass ich gerade nichts finde äh okay ich brauche es stand hier remote control ähm wo gibt es denn hier einen remote control dafür ähm ähm ja gut dass ich gerade nichts finde das wollte ich nicht ne brille will ich auch nicht ähm nein nein und auch nein da steht hier da steht hier use the remote switch on on the terminal ah aha ähm unterm bett wie soll ich denn unteres bett oder unter dem table aber das ist doch auch auch nichts ne hä dieser tipp war jetzt irgendwie hilflos äh nicht hilfreich ich komme ja nicht ans bett ran ne schlafen wollte ich dann auch nicht aber okay ähm coole zwischensequenz coole zwischensequenz ja jetzt werde ich wieder wach und trotzdem man muss immer sachen finden äh das wollen wir gerade auch nicht ich will einfach nur den tv control haben und ich finde ihn nicht ah hier ist ja ein bett noch da liegt irgendwas drunter nur da kommt man nicht ran ah ah aha da haben wir es doch was ist denn jetzt da wie nennt man das jetzt äh use the remote switch to control the terminal ich lasse es so dass ich das file wo ist denn jetzt hin sie meld so und hier ist das jetzt durchgebrannt okay aber gut dass sie uns davon nicht gesagt hast dass als es der lief dass sie mir sei einfach gesagt hat nö weiß ich nicht so dass das läuft ist halt nicht nett von ihr aber immerhin konnte sie ihre nummer da checken so was den news are you going home the news is bad i know longer have originals right there's no one for me to go why i was restored three years ago ita meyer was confirmed dead and restored from a reserve neurocopy she currently lives somewhere in geneva we don't seem to have much luck how did she die it says here died in a disparate toxin emission in 2058 this means you are now a duplicate correct my very existence is illegal well don't fret we'll improvise improvise sure we'll find you a normal body with legs with legs then then we'll live our lives selling flowers listen when my battery runs out i want you to put my flowers into secure warranty i mean into a glass cell hey ich glaube irgendwie die spinnt gerade so ein bisschen oder ihre batterie oder sie hat so einen kurzschluss oder so keine ahnung what's with your voice i don't know hey camera of tides what are you talking about i'm malfunctioning somehow my thoughts are out of order but i think it's over ja you need repairs das stimmt you need repairs i don't need anything in the beach i'll be put to sleep soon disconnected and for a long while i bet so you've decided yes that is my decision so you wake up and go right back to sleep got it more like wake up get totally confused then go back to sleep what are you confused about the explosion for one thing i haven't a clue how i'm connected to it you got caught in an emission that's just bad luck no enibish it's not that simple i found another mention of my name here in the database in the search history somebody was searching for information about me so what what's so strange about that the fact that it was the only query for my name in the entire search history made 20 minutes before the explosion strange indeed also da hat sie jetzt schon recht ist merkwürdig aber könnte auch nur purer Zufall sein wer weiß vielleicht finden wir es ja aus ich weiß auch nicht wie lang das spiel geht und deswegen ähm weiß ich auch nicht wie weit die story jetzt gehen wird who made the query a man named mark mark darin he's listed as transfer operator the explosion happened on his shift there's even a recording of it and also how curious what going by the recording there was an equipment breakdown not long before the explosion at around the same time the query was made yes i want to know what happened there what kind of a recording is it a report it was saved automatically it mentions some kind of a malfunction that because it wasn't corrected in time forced a modification in the transfer procedure and no i don't know the nature of the modification i haven't yet figured it out why do you even care is that really important now it is to me because aside from these fragments of the past i have more fragments of the past than i mean ida